Tiere können wie kleine Kinder manchmal das Verhalten der Eltern übernehmen. So versucht dieser niedliche Hund mit seinem Frauchen Rad zu fahren. Er hängt in einem Bauchgestell bei seinem Frauchen und als die fleißig in die Pedale tritt, kann der Hund nicht anders und macht einfach mit. Damit ist er zwar keine wirkliche Hilfe, putzig ist das Verhalten aber allemal.